Musik 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 Ich will schnell mit allen wechseln Musik 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 Heike ist geblickt, let's ride Ja bis jetzt haben wir den Fegi-Art haben wir gelernt Den Elf-Cap, das erste mal gemacht Mit den Kassetten Und den Foodjam, so halbwegs Ja Ich zeig ich auch jetzt alles mal vor Also gut Also zuerst die Fegi-Art Okay Ja, das ist das, was wir gelernt haben in Bint, oder? Ja, bis zur Vergasung. Mach mal einen schönen Pull-Up-Ball. Pull-Up-Ball? Ja, ganz geil. Der sitzt, oder? Ja. Ganz geil. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist ja geil. Ich probiere mal 180 Slider. Das habe ich letzte Woche schon probiert, ist aber nicht gegangen. Also, let's go. Ja, schier. Spaß, Mann. Ja, das ist ja geil. Riesig. 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 Wurrgeil. Ist jetzt aber schnell gegangen. Ja. Kann ich beruhigen? Ja, ist geil. Okay. Simon hat noch ein bisschen Probleme mit... Oh, meine Linsen ist ein bisschen dreckig. Das sehe ich gerade. Simon hat noch ein bisschen Probleme mit dem 180. Ich glaube, das lösen wir jetzt seit Nachmittag. So lange ist das? Ja. Hä? Ja, sicher. Ready? Ich probiere, ja. Genau. Du musst schauen, dass... Jetzt hast du mit dem Vorderrad, du bist jetzt vorher da abgesprungen. Fahr raus. Ja, ja. Genau so. Ja. Ah, jetzt werde ich fallen. Ja, ich muss ein bisschen schneller kommen. Ja, ich muss ein bisschen schneller kommen. Dann ist der Fake hier einfacher. Mach so einen schlechten 180. Kommt die Bank da auf. Du schaust... Du schaust... Du schaust auf dein Velo. Ich bin verdammt. Ich nervt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aber jetzt wäre es gut rumgekommen. Jetzt ist es gut gewesen. Ja. Jetzt kommt es gut. Jetzt kommt es gut. Du schaffst heute noch deinen Fake-Out nach einem 180. Glaubst du? Vorher gehen wir einfach nicht nach Hause. Hört's einfach. Ziehen! Ich merke, dass ich mich jetzt ein bisschen sicher mache. Ja. Wenn ich mich so scheisse wie ganz am Anfang. Den Speed musst du haben, sonst ist der Fake schwierig, wenn du so langsam bist. Stimmt. Du bist viel stabiler, wenn du schneller hinter siehst. Ja. Nein! Jetzt! Nein! 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 Ich gehe nur noch ein bisschen ziehen. Ja! Du, ich schnaufe. Chillen. Dann nochmal auch. Ja. Ja! 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 Da muss ich mich erzählen. Geil. Ich hoffe das wäre ein gutes Aufsicht. Ein Jahr lang, ein Jahr lang. Ich tänne mal. Und jetzt ist er genau so speziell. Jetzt musst du auch mal einen machen. Spezielle Momente. Voll geil. Was machst du jetzt für einen? F-Cup. Aufgebe, ich muss nicht hier aufgebe. Ich werde mal gleich sein. Komm mit! Aufgebe! Aaaaah, fast! Wo fährst du? Komm! Geil, oder? Geil, oder? Cool! Langsam kommt alles. Das hat sich nicht verändert seit letztem Jahr. Dani macht jetzt Foodjam Training. Du musst probieren, mehr ab dem Pneu wegpumpen. Also wegpumpen. Dann landen wir das Hinterrad gleichzeitig. Ja genau, genau so. Ja! Ich komme dann irgendwie schräg. Wenn ich den Fuss so reinnehme. Aber du hast eben das Hinterrad wegpumpen. Dann hast du viel mehr Speed. Ja! Eigentlich. Den, den du einfach brauchst. Ja! Den schaffst du jetzt schon noch. Was meinst du? Ja, komm! Ja, der sieht gut aus. Ja, 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 ja! Yeah! Geil! Gut! Super! Simon macht Fortschritt, verdammt! Ja! 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 Du machst schon Monete wie mein Gott. Ein Halbgott. Das ist voll geil, ey! Ich habe gehört, wie man sich... Man muss sich viel mehr loben. Es ist alles viel besser, wenn man sich mehr lobt im Leben. Simon! Das hast du ganz toll gemacht heute. Danke vielmals! Wirklich geil gewesen! Das ist schön! Wirklich geiler Hure, Monete rausgezogen. Wirklich geil gewesen. Du auch? Was hast du gemacht? Für Food Jam zum Beispiel? Ja, gut. Noch mal 150.000 Mal. Ja, ich habe es eigentlich schon gemacht. Ein Jahr lang etwa 7 Milliarden. Plus... Plus eins. Ich habe mir schon schieres Handgelenk gebrochen. Teilt unser Video. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es gleich. Ich erzähle zu euren Verwandten. Kinder, Hunde, Katze... Und kauft euch ein BMX und kommt mit uns ein bisschen... Ja, Mann! Können wir mit uns fahren? Ist geil! Wir können noch mit Mitgliedern... Wir können ja auch noch nichts. Also... Musst ja du auch noch nichts können. Ich kann einfach anfangen. Ja. Wir können uns sogar ein paar Sachen zeigen. Ja. Wenn man geradeaus fährt zum Beispiel. Und trainieren. Wenn man dann ein Kompliment macht. Das können wir auch gut. Ja. 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 Also... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020